Was nimmst du jetzt hier weg, Klaus? Ich fülle da tiefe Raumresonanzen raus, oder überhaupt Raumresonanzen, die sich aufbauen durch, ja, sag ich mal, Räume, die nicht optimal gedämmt sind, schaukeln sich irgendwelche Frequenzen auf und resonieren dann. Kannst du mal meinen Fans erklären, wie viel Arbeit bis jetzt schon in diesem Hörbuch drinsteckt, Klaus? Wie viel Arbeit da drinsteckt im Hörbuch, das weiß ich ja nicht, das habt ihr ja irgendwie gemacht. Aber ich habe ja keine Ahnung von, was ihr da schon an Arbeit reingesteckt habt. Aber du kannst dir vorstellen, dass das nicht so... Da ist schon einiges drin, ja. Das liegt daran, wie oft du dich versprochen hast. Ja, Gott sei Dank, Uli, nicht so oft. Ja, fast gar nicht, fast gar nicht versprochen, die... So, als wenn ich daneben sitze, ne? Ja, das ist unglaublich, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und da sprichst du zwei Stunden lang fließend, als wenn du was abliest und hast keine Aufzeichnung vor dir. Das ist irre. Ja. Das muss man erst mal hören. Sagt Schubi schon immer. Ohne Manuskript, Egon Müller.